Dennis Schulz, Sie sind bekannt für Ihre klaren Worte. Warum hat der SV Rugenbergen hier heute 2 zu 0 verloren? Weil wir kein Tor geschossen und nicht alles aus, glaube ich, uns rausgeholt haben, was wir uns vorgenommen haben. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Was hat Ihnen exakt gefehlt? Eier. Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was Sie schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich sage ja, Eier. Wir brauchen Eier. Wenn Sie wissen, was das heißt. Ich weiß, was das heißt. Wie wird es anders? Ich habe mir gerade die Antwort gegeben.